Der eine Klimarandalierer klebte sich mit dem falschen Klebstoff auf den Asphalt und hat nun langfristig Probleme. Seine Kollegen blockierten die falsche, unbenutzte Garagenzufahrt und jetzt folgte die nächste Panne der selbsternannten Retter, die von manchen Kritikern schon als Klimaclowns bezeichnet werden. Der Plan der letzten Generation war, den TV-Gottesdienst in der Kirche im Stuttgarter Stadtbezirk Möhringen am Weihnachtsabend als Bühne für die nächste Protestaktion zu verwenden. Als die acht Klimakaoten am Samstag das Gotteshaus stürmen wollten, war die Kirche versperrt. Keine TV-Teams, keine Kameras, kein Publikum, nichts. In Berlin schnitten die Kaoten dem Weihnachtsbaum die Spitze ab, vor den Augen der untätigen Polizei. Die Polizei hatte nämlich bereits von den Plänen zu dieser Aktion einige Tage zuvor erfahren. Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart um Samstag zufolge wurde die evangelische Christwespa in einer Kirche im Stadtbezirk Möhringen bereits am Freitag aufgezeichnet und zeitversetzt im ARD Fernsehen übertragen, berichtet die Welt. Am Heiligen Abend hätten sich gegen 15 Uhr dann acht Mitglieder von Aufstand der letzten Generation vor der verschlossenen Kirche getroffen, berichtet die Polizei. Das Pfarramt habe daraufhin die Polizei informiert, die Beamten hätten zwei potenziellen Störern einen Platzverweis erteilt. Die letzte Generation selbst war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.